Hallo und willkommen zurück bei Planet Coaster. Unser kleiner, bescheidener Park nimmt langsam Form an. Was auch immer das für eine Form sein soll, ich hab keine Ahnung. Und wir haben auch irgendwo, da ist er, unsere goldene Knutschkugel. Ich fand mich ja, was das für einen Einfluss hat. Hebt das einfach die Stimmung von den Besuchern? Ich weiß es nicht, aber ich schätze mal, er wird einfach sowas machen. Die Leute bei Laune halten und ihnen heimlich Drogen verkaufen. Ja, wie gesagt, ich habe in der letzten Folge angesprochen, dass ich gerne diesen Bereich hier mal ausbauen... Wow, das geht so schnell mit dem Tag-Nacht-Wechsel. Okay, ich hab Profit gemacht und die Parkbewertung ist gestiegen, das ist gut. Also ich wollte ja diesen Bereich jetzt verschönern, bevor ich jetzt weiter ausbaue. Und in erster Linie ist es wichtig, dass die Warteschlangen noch viel attraktiver machen. Das heißt, ich hab... Ja, ich hab Geld, obwohl es wird gerade weniger, aber ich hoffe, das passt zu. Ich bin ja hier im Mittelalter, das heißt, wenn, dann muss ich alles eben in diesem Szenerie-Dings-Boom-Splah bauen. Das heißt, was habe ich denn hier? Gibt es davon überhaupt Licht? Ich glaube, da habe ich doch gar kein Licht gebaut. Okay, das ändern wir gleich mal. Ich mache so Schädel-Laternen dahin. Ich finde ich voll cool. Da, 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 und. So. Da. Wie viel hat das eigentlich an Bewertung? 21 Prozent, okay. Mal schauen, was konnte ich denn noch gebrauchen hier? Animatronics. Das ist eine fliegende Hexe. Würde die hier passen? Ich glaube, fast das ja. Ach, so würde das aussehen, okay. Ich überlege die ganze Zeit, wenn ich sowas baue. Ich möchte ja eben diese Sachen, diese... So wie das hier, diesen Knubbel, wo die Hexe rumfliegt, das möchte ich gern verstecken. Ob das geht, dass man irgendwas drüber bauen kann. Aber ich werde jetzt nicht die Hexe bauen. Ich werde was anderes bauen. Was passt denn noch ganz gut? Hexen aus? Nee, wie teuer ist denn das? Wie kann das nur 50 Dollar kosten? Ist ja voll auffällig eigentlich. Ähm. Fressen da die Rache? Was kostet der? Der ist 410, okay. Kann ja Besucher auffressen. Nee, das kann ich nicht machen. Außerdem ist mir das zu teuer. Ich muss echt mehr aufs Geld achten. Wie Achterbandtür. Ach so, so ist das gemeint. Ich baue hin, ich baue hin. Ist das selbe Ritter wie... Ja klar, das ist der, den ich schon habe. Hm. Marschierender Ritter, das würde auch irgendwie passen. Dass der so entlang... Nee, da drüben habe ich ja schon den, stimmt. Oh Mann, warte mal, dann mache ich das anders. Was habe ich hier so tolles? Vielleicht irgendeine Art von Statue. Brunnenzockel. Oh Mann, das ist alles für Brunnen. Das ist alles für Brunnen. Plastzockel. Hm. Ich brauche... Ich glaube, ich mache das Ganze mit Pflanzen. Man kann nie genug Pflanzen haben. Das ist eine Tanne daher. Tschakabam. Und... Dann noch eine Birke. Tschakabui. Dann noch ein paar Büsche. Einfach mal da hin. Und so einen. Da hin. Und... Wie sieht es jetzt mit der Bewertung aus? Was? Okay, ich glaube, Pflanzen haben nicht wirklich großen Einfluss drauf. Das heißt, ich brauche wirklich etwas, was... Dem Dings entspricht. Der... Mittelalter-Thematik. Ich hätte mal einen Mülleimer hierhin pappen. Vielleicht hilft der ja schon. So. Und die Bank? Ich mache... Nee, nicht die Fassbank, sondern sowas. Tschakab. Und gleich daneben. Tschakab. Und dazwischen... In das Hübsches. Bam. Ein Stein. Voll hübsch. Okay. Das mit der Cool ist gut. Also ich werde jetzt anscheinend gerade nicht... Arm. Ich freue mich immer, wenn ich nicht arm werde. Rubenmarktkarren. Sowas wäre auch irgendwie hübsch. Vielleicht dann so dahin bauen. Ist das jetzt... Sehe ich, welche Thematik das hat? Das hat ja... Kann ich das nach Thematik aufteilen? Das ist die Möglichkeit, dass ich sage, ich hätte genug Mittelalter. Das ist ein Märchen. Okay. Das ist ein Märchen. Das ist ein Märchen. Alles klar. Das heißt... Da sehe ich das. Mit anderen Worten. Ich werde... Wer pfeift da? Ich werde... Oder ist es vielleicht schon gestiegen? Nee. Doch, es steigt. Es steigt langsam. Das heißt, es dauert einfach ein bisschen, bis er den tatsächlichen Wert anzeigt. Wo wollte ich jetzt hin? Ich wollte jetzt was bauen. Moment. Ambos gehört Western. Anschlagtafel Western. Das ist Märchen. Okay. Dann kommt das da. Buh. So, an den Wegesrand. Tschakabam. Blumenkasten. Kann ich eigentlich die Häuser verschönern, die ich dort habe? Kann ich da noch Sachen draufpappen? So, eben zum Beispiel einen Blumenkasten. Das würde gehen. Das würde gehen. Wobei, ich weiß nicht, ob das nicht stört beim Einkaufen. Es gibt aber... Warte mal. Ich habe was gesehen. Es gibt... Der ist so cool. Das da. Efeu. Kann ich das? Da ist ja schon ein Efeu drauf. Wir brauchen... Nein, das wollte ich jetzt nicht. Du bist ein Idiot. Geh weg. Oder wo fehlt ein Efeu? Da zum Beispiel könnte Efeu drauf. Oder? Ja, warum nicht? Das sieht doch lieb aus. Da etwas Efeu. Und... Sonst noch Efeu, wo Efeu passen könnte. Da könnte doch Efeu passen. Was ist das? Einfach ein Ast, der irgendwo rausschaut? Eine blühende Rankenpflanze. Hm. Könnte ich eigentlich da hinpappen, so. Ein bisschen drehen. Und... Da gehört die andersrum. Ich glaube, die gehört eher so rum. So. Papp. Wunderschön. Ich weiß noch nicht, ob das Einfluss auf irgendwas hat. Mann, wie viele Leute da anstehen. Was für eine Bewertung hat denn das Ding? 40%. Da muss ich auch noch mehr machen. Dann wollen wir einfach noch mehr Bäume hinpappen. Und... Tschak. Ich soll ja Schatten spenden, damit meine Gäste nicht in der Hitze des Gefechts zu Tode kommen. Papp. Papp. Und... Die Büsche. Pappau. Papp. Papp. drehe ich ein bisschen, so, so, dann wollen wir mal schauen, was sagt denn die Parkverwaltung, so, okay, Warteschlange, aber die, die Dings in Zufriedenheit ist auf jeden Fall gestiegen, die der Mitarbeiter ist in Ordnung, da kann ich jetzt derweil nicht viel machen, okay, ich würde wissen, wonach verlangen denn meine Gäste, was kann ich denn machen, um die Wartezeit zu verringern, was für Möglichkeiten gibt es denn, Mindestzeit zwischen Einstieg des ersten Passagiers und Ausfahrt aus der Station, verkürzt Wartezeit, da mache ich hier nämlich einfach, ja, da mache ich 40, Höchstzeit zwischen Einstieg, okay, da mache ich dann 90, probiere das mal aus, wie es damit funktioniert, ob das jetzt was daran ändert, übrigens, was ich vielleicht auch machen könnte, weil das habe ich auch gesehen, wo war das, man kann nämlich so eine Art von, wo war das, Moment, irgendwo ging das, ich weiß nicht, ob das hier auch geht, so eine Art von, genau, Premium Pass, da kann man dann so einen gesonderten Abschnitt machen, ihr kennt das vielleicht, das gibt es in verschiedenen großen Parks, man kann so einen Premium Pass kaufen und da steht eine Uhrzeit drauf und um die Uhrzeit geht man dann einfach hin, hat den gesonderten Eingang und kommt dann einfach vor den anderen, die sich normal anstellen, dran, das finde ich voll praktisch und das wäre eigentlich gar nicht so blöd hier, ich weiß nicht, ich habe es noch nie probiert, Premium Pass Eingang, mache ich hier nämlich so seitlich, ähm, was, war ich das gar nicht hier direkt, hm, ach so, Moment, die müssen sich dann trotzdem anstellen oder nicht? ich kann es gar nicht sagen, Moment, ich habe das Gefühl, ich muss dann nämlich den Eingang mehr darüber verschieben und dann einen eigenen machen, kann das sein? das will ich jetzt im Moment aber nicht, nee, dann lasse ich das dabei, weil sonst müsste ich das dann abschalten und das sorgt dafür, dass ich weniger Kohle bekomme, die sinkt im Moment auch wieder, verdammt, ich will nicht, dass meine Kohle verschwindet, okay, also mal schauen, okay, Wartezeit angekommen, Finanzen, Marketing, soll ich Marketing machen? Poster kommt, 1000, nee, kann ich mir nicht leisten, okay, ach, die meisten sind Teenager, die herkommen, okay, cool, 10 Gäste für Chief Beef 3 und 24 für 4, warum der Unterschied macht, ist der Käse? Chief Beef 3, ist das der mit oder ohne Käse? Das ist der ohne Käse, brauchst du auch Käse, und beim normalen gebe ich auch Käse dazu, und beim Chief Beef 4, gibt es ebenfalls Käse, ich hoffe, das freut meine Gäste, okay, ich habe Verlust gemacht, und die Parkbewertung ist weder gestillt, noch gesunken, hmm, wie sieht es hier jetzt aus? 36%, okay, ja, das muss vorerst reichen, ich kann jetzt nicht so viel Geld ausgeben, damit die Warteschlangen besser werden, aber der Platz ist noch Verschwendung, äh, Verschwendung, da muss ich noch irgendwas hinbauen, was baue ich denn am besten, Moment, vielleicht wirklich was kleines, noch sowas für die Kinder, das zum Beispiel, das kann ich mir nicht leisten, verdammt, ich kann mir gar nichts leisten im Moment, Mann, Mist, das heißt, ich muss sparen, ach, ich wollte doch was machen, stimmt, sonst ich habe ja unabsichtlich, weil ich es nicht gewusst habe, hier, wo waren das, da, ich will das nicht auf 300 haben, sondern auf 200, so, dann schauen wir mal, was haben wir denn hier so drin, um das, was ich noch nicht gebaut habe, ein Getränkeladen, kann ich mir auch nicht leisten, oh Mann, ich gehe wieder ins Minus, sehe ich gerade, das mit dem Premium-Eingang, ich muss das irgendwie machen, weißt du was, ich werde, ja, was soll's, ich probiere das mal aus, geschlossen, sorry Leute, seid ihr jetzt enttäuscht, naja, so enttäuscht sind die Gesichter jetzt auch wieder nicht, verschwindet von meinem Grundstück, Mann, jetzt muss ich wahrscheinlich warten, bis die Gäste wechseln, hey, da ist man hingekotzt, wo ist denn unser Putzebärt, da, Putzebärt, er ist eigentlich ganz zufrieden, und da kann ich klagen, das ist schön, hey, Putzebärt, du hast hier, kann ich den wieder herbringen, ne, Vorsicht, der ist Kotze am Boden, was liegt da, auch Dreck, Putzebärt, du bist irgendwie gerade zu sinnlos, so, verschwindet alle, dann werde ich nämlich jetzt schauen, ob ich hier, ich pausse hier ganz kurz, Moment, so, ähm, nee, nicht abreißen, hm, hm, wie kann ich denn hier den Eingang jetzt verschieben, geht das nicht, ich möchte gerne diesen Eingang verschieben, nein, nicht das ganze Fahrgeschäft, wirklich nur den Eingang, ist das nicht möglich, oh verdammt, das muss doch irgendwie gehen, da Eingang platzieren, dann mache ich da den normalen Eingang hin, und den Primum dahin, dann muss ich hier den Stein kurz verschieben, der Stein kommt da dazwischen rein, der Busch kann auch hier bleiben, aber der Baum ist glaube ich dann im Weg, und dann schiebe ich mal dahin, so, dann, Premium Pass Eingang platzieren, das funktioniert nicht so, wie ich dachte, ist das dann einfach dieselbe, warte ich lange, oder, Moment, wenn ich ganz kurz, wie ging das nochmal, ich glaube so, genau, Premium Pass Eingang platzieren, wenn ich den hierhin platziere, das funktioniert ja gar nicht, da ist ne, hä? das muss ich anders machen, und wenn ich zuerst, vielleicht geht das ja, wenn ich hier, ich probiere das kurz aus, eine Warteschlange baue, so glänzend orange, weil es hübsch ist, oh fuck, wann habe ich das ganze Geld verbraucht, was habe ich denn gekauft, oh Mist, oh Mist, ähm, Leute, könnt ihr mir wieder Geld bescheren, Moment, ich schalte es dir nochmal ein, viel Spaß damit, oh Mist, wie ist das jetzt passiert, aber es kommt wieder Geld rein, ich nehme mir Geld, oh Mann, war das jetzt wirklich nur durch die Aktion hier, mit dem Verschieben und allem, weil ich habe es ja rückgängig gemacht, oder zählte das dann trotzdem, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ähm, was ist mit euch los, achso, ihr folgt der Kugel, gebt euch die Kugel, ihr habt schon recht, Leute, ihr könnt eigentlich wieder rein, Leute, das Ding ist eröffnet, ich werde mal ganz kurz Premium Pass wieder deaktivieren, wo war denn das, da, okay, da kommen die ersten, oh Mist, ich bin so wieder im Plus, aber was soll's, oh, wie lange noch, hm, ich glaube, das kommt erst später, mit dem Premium Pass, das lohnt sich im Moment wahrscheinlich gar nicht, weil wir ja noch so einen kleinen Park haben, ich wollte eigentlich damit ja die Wartezeit verkürzen, aber, ich weiß nicht, wenn einer von euch das Spiel kennt, sagt mal Bescheid, wie das mit dem Premium Pass funktioniert, und ob sich das überhaupt lohnt, bei so einem kleinen Park, einen Park, der vielleicht klein ist, aber, er hat Fahrgeschäfte und Essen, das bereits seit Generationen in unserer Familie weitergereicht wird, diese Burger, wurden schon im Ersten Weltkrieg hergestellt, aber nie verkauft, deswegen hoffe ich hier mal mein Glück zu versuchen, und dann die Burger zu verkaufen, wie sie sich mit der Theke lehnt, oh, so viele tolle Sachen, oh, ich kann nämlich nicht kochen, und hier schmeckt alles nach, Emulgatoren, ich mag Emulgatoren, die sind schon lecker, so, ich bin jetzt gerade etwas überfordert, was ich mache, weil ich habe gar keine Kohle, was passiert, wenn ich die Zeit beschleunige, kommt dann Kohle rein, macht mal, okay, es kommt Kohle rein, das heißt, wir kriegen mehr, als dass wir ausgeben, das ist gut, aber es steht immer noch Minus beim monatlichen Profit, achso, wahrscheinlich durch die Darlehen, die ich zurückzahlen muss, so, was, der Parkangang ist von Incendi 1, wie, wie meinen die das, Moment, achso, der Ausgang, ich trottel habe ja nie einen Ausgang gebaut, oder, hä, Moment, Moment, ähm, das ist mir so etwas peinlich, so, geht das jetzt, aber die sind ja immer, wie sind die da rausgekommen dann, sind die seit Ewigkeiten da drin, und sind immer mit dem Ding gefahren, ich habe keine Ahnung, aber ist das vielleicht auch einer der Gründe, warum ich so wenig Kohle reinbekommen habe, äh, da wollte ich jetzt nicht hin, ich bin wieder im Plus, ich bin wieder im Plus, das ist sehr schön, das ist sehr schön, oh Mann, aber sie können jetzt alle weg, das ist voll toll, okay, ich habe wieder etwas Geld, ich möchte, wie gesagt, diesen Bereich kann ausbauen, und so, jetzt möchte ich gerne einen Dorfladen klein, oder Getränkehütte, ist das jetzt eigentlich auch Märchen, oder ist es, das wirkt eher nach Märchen, dann kommt das nämlich da so, warum, warum geht das nicht, weil ich habe es wieder zu wenig Geld gehabt, ja klar, da kommt schon Geld, 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 Ich habe doch eine Reinigungskraft, wo ist denn die, ja viele Gäste, ja wo denn, wo denn, da liegt was, oh Mann, ich glaube ich brauche eine zweite, kann das sein, wo ist mein, mein Wesen Heinz, Wesen Heinz, wo steckst du, da, da kommt, Mann, beeil dich mal, wo ist denn der Bochen, ist da irgendwo, wo du meine, die echt nur diese kleine Pfütze, zu deiner Pflicht, Junge, sehr brav, okay, oh Mann, also wie viel Geld habe ich dann, es kommt einfach nichts rein, verdammt, muss ich echt wieder preis irgendwo erhöhen, was, was vielleicht denn hier jetzt grad, das wird jetzt erhöht auf, 8, ich bin voll, wagemutig, das finde ich immer noch voll süß hier, setzen sich die Parkes eigentlich auf die Bänke, oder nicht, zumindest im Moment nicht, aber ich glaube schon, ich bin mir ein, ich habe es gesehen, aber so ist es schon, kann es sein, dass ich hier noch jemanden in den Eimer hinbringen soll, damit die Leute reinkotzen können, Moment, das wäre vielleicht gar nicht so schlecht, hier, kotzt euch richtig aus, Leute, da ist auch kotze, wo ist, diesen Bernd, steckt er schon wieder, da, ich will keinen zweiten haben, der muss doch reichen für so einen kleinen Park, was kann ich denn mit dem machen, Azubi, gelehrte Mühlezone 3, Müll entfernt 0, danke, gebraucht ist entfernt 8, gehalt 120 pro Monat, Arbeitsplanmanager, aha, das heißt, ich kann mir, achso, ich weiß ihn dann sozusagen, wahrscheinlich ein Gebiet zu, das will ich aber gar nicht, wenn ich ehrlich bin, der soll mal das Ganze hier machen, aber ich will, ich habe ihn nicht, das Gehalt, dem kürzlich das Gehalt, der macht nicht das, was er soll, du verdienst ab jetzt nur noch 100, Dollar pro Monat, lernt damit umzugehen, Junge, ich hoffe, das war kein Fehler, aber er soll ruhig das tun, was verdienst du eigentlich, kann ich dich nicht direkt anklicken, ähm, sieht nichts aus, da, Verkäufer auswählen, da, ich bekomme das Geld, das ich wert bin, mein Job ist toll, das freut mich sehr, das werden wir gleich mal nennen, ne Junge, sorry, aber du verdienst in Zukunft 120, verdienst das Gehalt, einer Reinigungskraft, und du, wie sieht es mit dir aus, das ist jetzt GFB4, hoffe ich, okay, ist ganz zufrieden, wie viel kriegst du, sorry, zu viel, mich wundert es aber echt, dass der Laden so viel schlechter läuft, als der andere, warum, komisch, was, warte, was stand da gerade, okay, Durist, aber das sind nur 4%, oh man, also wir haben jetzt nicht wirklich die Folge viel gebaut, und eigentlich möchte ich die Folge gern beenden, hm, ich überlege nur, irgendwas möchte ich noch bauen, komm schon, ich werde mal ganz kurz wieder, Zeit beschleunigen, ich will dieses Getränkehaus haben, das möchte ich da hin bauen, ich brauche nur 600 irgendwas, komm schon, steig, Geld, steig, Parkwetter minus 5, fuck, das läuft nicht gut hier, hm, halt die Klappe, das wird glaube ich nichts, das wird so nicht funktionieren, und bist du immer noch glücklich? Nicht gut genug bezahlt, okay, dann machen wir doch 130 Mann, aber 150 ist zu viel, 135, okay, oder, nee, das sollte ein Kompromiss sein, der mit ihm sich leben lässt, mit dir mache ich dasselbe, 135, ich hoffe echt, das reicht, ich möchte jetzt nicht, dass ihr euch ärgert, oder streikt, oder sowas, was verdienst du eigentlich? Bekommst du das Geld, das du wert bist, genau, das wollen wir gleich mal ändern, ach, ich kann die ausbilden auch, okay, 200, sorry, Junge, nee, maximal 240 kriegst du, ich weiß, du bist wichtig, und sorgst dafür, dass alles in geregelten Bahnen hier läuft, und keiner verletzt, oder getötet wird, aber trotzdem, 290, nein, so, ich werde nochmal kurz beschleunigen, vielleicht hat es ja schon Auswirkungen, irgendwie, nein, nicht wieder runter, nein, hoch, hoch, verdammt, hoch, hoch, so, stopp, nein, verdammt, ich brauche 625, ich weiß, das ist voll dumm, weil ich habe dann überhaupt keine Kohle mehr, aber was soll's, das Ding, das brauche ich aber mehr so, Moment, dahin, das ist eine echt eine Art von, von kleines Dorfzentrum hier, so, okay, ich schaue mir ganz kurz die Preise an, sind auch 2 Läden, verstehe, ruht sich aus, was verdient der, nope, auch 135, so, ja, bin ich jetzt am gleichen Laden, ich bin am falschen Laden, Moment, so, Cosmic Milkshake, 135, und die Preise, 5 Dollar, da machen wir aber 6 Dollar draus, dafür bekommt man, äh, Fatschelstückchen, was sind Fatschelstückchen, ich habe keine Ahnung, ich habe 6 Dollar gesagt, ich sollte auch auf die Zahl 6 drücken, wenn ich das möchte, so, Cosmic Shake Vanille, und da drin gibt's Marshmallows, Cosmic Shake Chocolate, ebenfalls 6, dafür gibt's da drin, Eiscreme, etwas Eiscreme, ja, das reicht, so, und den anderen lasse ich mal mit die 5 doll, ich bin gespannt, welcher dann besser geht, bin ich echt gespannt, ja, Freunde, ich werde die Folge jetzt an der Stelle beenden, es ist jetzt leider nicht viel weiter gegangen, aber immerhin, wir haben etwas, glaube ich, an den Finanzen, hoffentlich, verbessern können, wir sehen's ja dann irgendwann, wenn ich pleite bin, Mann, mein Park, mein wunderschöner Park, ja, bis zur nächsten Folge, mein Name ist Taku, macht's gut, gut. Bis zum nächsten Mal.